Ha, letztens am Dennewitzplatz. Ich glaube, ich habe meine Location gefunden für meine Predigten. Weil nämlich, ist das die Kirche hier, wo du Mittwoch 2 vorweifährst? Wo draufsteht Service oder wird denn Office? Nee, Service. Auch in Englisch. Die Luft ist besser als im Weißen See, weil ich noch ein paar Mögen schwebe. Wie gesagt, ich glaube, zu wissen, wie die Eisspuren zusammen ist, das muss ich erst mal umsprechen. Auf Wiedersehen, bis die Tage. Tschüss.